Die Savanne ist in Gefahr! Hä? Was ist los mit dir? Oh, ich bitte euch, eure Majestät, ihr müsst die Savanne respektieren! Das wird Jahre dauern, bis dieser ganze Müll verschwunden ist! Ihr habt keine Ahnung, welche große Katastrophe auf uns zukommt! Bald wird es hier nicht mal mehr einen Sandkorn geben! Nur noch Tonnen von Abfall! Tonnen! Hä? Was? Wegen dem hier? Nein, das ist doch nicht! Das stimmt nicht! Wir müssen sie retten! Jedes Sandkorn muss beschützt werden! Jede Kokosnusspalme muss erhalten! Jeder Schluck Wasser muss gereinigt werden! Eure Majestät, ich sehe, ihr habt bereits Bekanntschaft gemacht mit Roberta, der Froschdame, die die Savanne beschützt, die niemand zotzt! Unter mit der Krone? Nach der Challenge bist du ohne! Falls unser König Kikumba verliert, wird er in das eisige Land seiner Vorfahren verbannt! Die erste Aufgabe säubert den euch zugewiesenen Bereich der Savanne! Es muss alles weg sein! Die Zeit wird gestoppt! Ja, so ist es fein, mein kleiner Krohkomposter! Hä? Wie funktioniert der? Ah! Okay, dann los! Das hätten wir! Und dann damit! Ja! Okay, Krohkomposter, hier ist noch eine volle Tüte! Ja! Ups! Ich habe ihn kaputt gemacht, oh Schande! Oh, das schmeckt dir was! Guten Appetit, kleiner Krohko! Okay, ich verstecke es jetzt an dem Busch und bin fein raus! Hihi! Gewonnen! Alles sauber! Oh! Ja, sehr gut! Und wie sieht's bei Kikumba aus? Ja, gesteckt! Majestät! Alles gut, ich bin fertig! Seht ihr alles schön aufgeräumt? Ja, kommt und seht selbst! Alles schön! Au! Alles gut hier! Und was ist das? Ähm, das, äh... Naja, äh... Das ist eine Säge! Roberta gewinnt die erste Runde! Das ist eine Säge!